Geografische Daten erfasst man, Karten erstellt man, genau, um sie mit anderen zu teilen. Aber wie? Heute lernen Sie mit dem Arcus Experience Builder die, abgesehen vom Selbstprogrammieren, flexibelste Methode dazu kennen. Ich freue mich auf die Session von Sonja Pritchett, Product Manager für Arcus App Builder. Sonja, bitteschön. Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich darauf, dass ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten den Arcus Experience Builder vorstellen darf. Ich werde Ihnen eine Reihe von Beispielen zeigen, auch mal eine kurze Einführung in die Oberfläche. Aber vor allem möchte ich Ihnen die Neuerungen vorstellen, die in letzter Zeit dazugekommen sind. Seit der Einführung vor ungefähr einem Jahr kamen da nämlich eine ganze Reihe an Verbesserungen und Neuerungen dazu. Und ja, die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Aber was ist der Experience Builder überhaupt? Was unterscheidet ihn auch von anderen App Buildern? Der Name, der ist beim Experience Builder so ein bisschen Programm. Er ermöglicht es, tolle, sehr individuelle, kartenmessierte Web-Anwendungen zu erschaffen. Und wenn andere Arcus App Builder vielleicht, was das Design und das Layout angeht, an ihre Grenzen kommen, dann ist beim Experience Builder dann auch lange nicht Schluss. Es geht also um mehr als nur klassische, kartenzentrische Web-Apps zu erstellen. Es geht vielmehr darum, überzeugende Web-Erlebnisse für das Zielpublikum zu schaffen. Ob das auf einem festen Bildschirm oder auf einem scrollbaren Bildschirm sein soll, ob das mit 2D oder mit 3D-Karten auf einer einzelnen Seite oder über mehrere Webseiten sein soll. Das ist alles möglich. Beim Experience Builder kann ich mit den mitgelieferten Vorlagen und Widgets ganz einfach loslegen. Ich muss also kein Programmierer sein und ich muss keine Zeile Code anfassen, weil man die Anwendung über die Oberfläche einfach zusammenklicken kann. Aber es gibt auch eine Developer-Tisch. Das heißt, Sie können also auch Ihre eigenen Widgets programmieren und die dann nutzen. Die Flexibilität, die steht dabei wirklich an oberster Stelle. Das heißt, die Ersteller, die haben dabei vollständige Kontrolle über das Layout und die einzelnen Design-Elemente. Und man kann nicht nur definieren, wie die Anwendung auf dem Desktop aussehen soll, sondern auch, wie sie auf einem Tablet oder auf einem Smartphone aussehen sollen. Also man kann sie für die mobile Nutzung optimieren. Der Experience Builder, der ist in Arcus Online und in Enterprise integriert, weil Sie also einen User vom Type Creator oder Höhe haben. Dann können Sie ganz einfach damit starten und eigene Web-Anwendungen erstellen. Das Thema Integration, das bezieht sich aber auch auf andere Apps. Ich kann andere Apps wie zum Beispiel Survey123 ganz einfach in die Experience Builder-Anwendung integrieren. Und die einzelnen Komponenten, die lassen sich auch koppeln. Sie können sich zum Beispiel gegenseitig ansprechen und gegenseitig Aktionen auslösen. Das Ziel ist hier eine überzeugende Web-Anwendung, ein überzeugendes Web-Erlebnis für das Publikum zu schaffen. Experience Builder, der ist zwar relativ neu, gibt in erster Zeit gut einem Jahr, aber trotzdem gibt es schon eine ganze Reihe an Anwendungen in Arcus Online und zwar über 50.000. Und das können ganz unterschiedliche Nutzungen sein. Man kann damit ganz klassische kartenzentrische Anwendungen erstellen, aber eben auch eher erzählende Web-Anwendungen über mehrere Webseiten hinweg. Und Portale kann man erstellen, 3D-Anwendungen kann man integrieren, Server kann man integrieren. Da stehen einem also wirklich alle Möglichkeiten offen und ich möchte Ihnen gerne ein paar schöne Beispiele zeigen. Hier zum Beispiel der coole Stadtplan der Stadt Kiesen. Hier findet man kühle Orte für heiße Sommertage. Also zum Beispiel erfrischende Brunnen oder kühle Parkanlagen oder auch die Möglichkeiten, wo man seine Wasserflasche auffüllen kann. Und hier interagiert die Karte zusammen mit der Liste. Das heißt, immer nur das, was in der Karte angezeigt wird, sehe ich auch in der Liste. Und ich kann mir auch weitere Informationen zu den jeweiligen Orten anzeigen lassen. Das ist noch eine recht kartenzentrische App. Man kann solche kartenzentrischen Apps auch wunderbar in die eigene Webseite einbetten. Also hier zum Beispiel, das ist der Zwischenbericht der Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die direkt in die Webseite eingebettet ist. Ein anderes Beispiel ist hier eine Anwendung, die auf den ersten Blick gar keine Karte erst mal enthält, sondern hier sieht man anhand von verschiedenen Live-Daten aus dem Arcus Living Atlas, also aus den Diensten aus dem Arcus Living Atlas, wie es um unseren Planeten gerade bestellt ist. Hinter jeder dieser Kacheln habe ich weitere Informationen. Ich kann hier zum Beispiel mir Informationen zum Thema Flächen oder Waldbrände anschauen und bekomme jetzt hier an der Stelle auch eine Karte angeboten. Das waren jetzt wirklich nur ein paar Beispiele. In der Experience Builder Gallery, da finden Sie noch ganz viele weitere Beispiele. Wirklich toll, wie man mit dem Experience Builder ganz individuelle Web-Anwendungen ohne eine Zeile Code erstellen kann. Jetzt schauen wir uns mal die Neuerungen des letzten Jahres an. Zum Experience Builder, da gibt es jede Menge Neues zu berichten. Seit dem ersten Release im Februar 2020, da sind über mehrere Releases hinweg eine ganze Menge zusätzliche Funktionen dazukommen. Zum Beispiel über 50 zusätzliche, also neue Widgets, aber auch ganz viele zusätzliche Möglichkeiten, das Layout zu gestalten, wie zum Beispiel Animationen, Fenster, Bildschirmgruppen und vieles mehr. Schauen wir uns die Neuerungen mal im Detail an. Eine Sache können wir uns gleich anschauen, das sind die neuen Animationen. Man kann Animationen auf sämtlichen Ebenen definieren. Für alle Widgets einer Seite gemeinsam, wie es hier passiert ist, aber auch für einzelne Widgets, für einzelne Schaltflächen individuell. Zum Beispiel unter Styles habe ich hier immer einen Animationenbereich und den kann ich unterschiedlich gestalten. Eine weitere Neuerung sind die Fenster. Fenster, die kann ich neben den Seiten, die es ja von Anfang an gibt, schon definieren und ich kann damit Warnungen anzeigen, Bestätigungen und getriggert werden sie entweder wie hier, zum Beispiel über ein bestehendes Widget oder sie können auch durch das Laden einer Seite getriggert werden. Die Fenster, die sind aber nicht das einzige neue Layout, die einzige neue Layout-Option. Schauen wir uns mal die weiteren Neuerungen an, die man für das Layout von Experience Build Apps nutzt. Hier sehen wir jetzt nochmal ein Beispiel für ein Fenster. Fenster, in dem Fall ein Fenster, das über die Seite selbst fest verankert ist. Das heißt, immer wenn die Seite geladen wird, wird auch das Fenster geladen. Und ich kann Fenster sehr frei konfigurieren. In dem Fall habe ich ein Foto mit drin, ich habe aber auch eine dynamische Karte mit drin, Texte mit drin und ich kann sowohl die Position als auch die Größe so alles frei entscheiden. Und ich kann auch entscheiden, ob ich solche Abfragen drin haben möchte oder eben nicht. Zu den Animationen haben wir auch schon ein bisschen was gehört, aber in dem Fall auch nochmal ein schönes Beispiel, wie ich Animationen nutzen kann, um den Übergang bei Ansichten zu konfigurieren. Ich habe zum Beispiel in dem Fall einen Übergang über einen Würfel gewählt. Aber ich könnte natürlich das Ganze auch als Box ablaufen lassen oder es reinschieben. Aber ich bleibe mal beim Würfel, das gefällt mir am besten. Eine weitere Möglichkeit, um mehr Bewegung in die Experience Build App reinzubekommen, sind Bildschirmgruppen. Und Bildschirmgruppen, das ist eine neue Art von Layout-Container mit mehreren Bildschirmen, also mehreren Abschnitten. Und man kann damit auf einer Bildlaufseite, also einer Seite zum Scrollen, die Inhalte und die Widgets schön organisieren. Man kann also auf jedem Bildschirm, der verfügt immer über eine Hauptanzeige im Hintergrund und ein Fenster mit Bildlauf, das darüber läuft. Also in dem Fall hier die kleinen Fotos und der Text laufen über das große Foto im Hintergrund. Aber es müssen nicht bloß Fotos und Text sein, ich kann hier alles nutzen. In dem Fall habe ich eine Karte und ein Lesezeichen-Widget. Um die Inhalte strukturell voneinander abzugrenzen, gibt es außerdem noch ein neues Widget namens Trennlinie. Und man kann diese Trennlinien, dieses Drehen übrigens, wie wir es in dem Fall haben, nicht nur bei den Linien machen, sondern diese Drehung, die funktioniert bei jedem Widget. Das ist auch neu, dass ich hier jedes Widget in jede Richtung drehe, wie ich das möchte. Das Trennlinien-Widget ist aber nicht das einzige neue Widget. Zu den 22 bestehenden Widgets kamen seit dem ersten Release elf neue dazu und die wichtigsten, die möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Fangen wir mit den Kacheln an. Kacheln, das ist ein Inhaltscontainer, in dem man verschiedene zusammengehörige Informationen anzeigen kann. Hier in der Beispielanwendung Arcus Living Atlas Indicators of the Planet sind das eben verschiedene Inhalte zu dem Zustand unserer Erde. Und diese Kacheln, die lassen sich dann sehr einfach duplizieren. Das heißt, ich kann sie kopieren, muss sie jedes Mal nicht wieder neu anlegen, sondern kann nur die relevanten Informationen austauschen. Und die Inhalte, die man hier angezeigt, die eignen sich eben besonders gut für Indikatoren, weil sie wirklich live Daten aus Diensten rausziehen können. Und die Daten, die ändern sich eben je nachdem, wie sich auch die Dienste dahinter ändern. Ein weiteres neues Widget sind die Lesezeichen. Und Lesezeichen, der Name sagt schon, damit kann ich mich auf einer Karte navigieren. Und es gibt dafür ganz unterschiedliche Layoutmöglichkeiten. Ich kann sie in einer Liste mir anzeigen lassen oder in Form von einer Kachel oder auch in Form von einer Galerie. Wie wir gerade hier schon gesehen haben, die Animationen, die funktionieren auch bei den Lesezeichen, wenn ich sie als Kachel anordne. Ich kann dabei sowohl bestehende Lesezeichen nutzen, also hier zum Beispiel. Das sind die Lesezeichen, die direkt in der Webkarte verwendet wurden. Ich kann sie aber auch selbst definieren, wie hier in dieser Kachelansicht. Diese Lesezeichen habe ich selbst manuell hinzugefügt. Und man kann sogar dem End-User die Möglichkeit geben, eigene Lesezeichen zu erstellen. Das Tabellen-Widget, das ist auch neu und das ist eine interaktive Anzeige von Featuren aus einem Feature-Layer. Interaktiv deswegen, weil ich kann hier Dinge selektieren, die werden entsprechend angezeigt in der Karte. Und ich kann dann auch entsprechend darauf zoomen, also wenn ich jetzt hier was auswähle, was nicht im Kartenausschnitt enthalten ist, wird entsprechend auf den jeweiligen Bereich gesoomt. Ich kann das Ganze auch mir exportieren lassen, zum Beispiel als JSON, CSV oder GeoJSON. Editieren geht übrigens auch. Das heißt, wenn ich einen Layer habe, der editierbar ist, kann ich hier auch die Attribute ändern. Mit dem Widget Abfrage, da kann ich mir Informationen aus einer Datenquelle abrufen. Das kann entweder eine Attributabfrage sein, das können aber auch räumliche Abfragen sein. Schauen wir uns hier mal die Abfrage an. Über den SQL-Ausdruck habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte zum Beispiel nur die Sehenswürdigkeit von einem bestimmten Tag. Oder ich möchte auch nur bestimmte Kategorien sehen und ich kann aber auch räumliche Filter definieren. Das kann entweder nach, dass ich nach etwas bestimmten filtere, nach einer bestimmten, nach der Ausdehnung der Karte zum Beispiel oder nach etwas Eingezeichneten oder auch nach einer Geometrie aus einer Karte. Verwendet, wenn ich das Ganze verwenden möchte, kann ich zum Beispiel hier etwas reinzeichnen, um zu selektieren. Ich möchte den räumlichen Bereich haben und ich möchte zum Beispiel nur die Sehenswürdigkeiten bekommen. Klicke dann auf Übernehmen und bekomme die jeweiligen Sehenswürdigkeiten in einer Übersichtliste zurückgegeben. Damit kann ich dann wiederum weiterarbeiten. Also ich kann die Ergebnisse aus einer Abfrage zum Beispiel als Eingabequelle für andere Widgets wiederverwenden oder ich kann sie mir auch einfach exportieren. Das Diagramm-Widget, das ist gut, um quantitative Attribute zu visualisieren. Also um zum Beispiel auch mögliche Muster oder Trends aufzudecken. Ich habe aktuell verschiedene Diagrammtypen-Möglichkeiten von Säulen, Balkendiagrammen, Überlinien bis zu Flächendiagrammen. Wenn ich ein Diagramm erstelle, muss ich mir zuerst Gedanken über die Daten machen, ob ich sie nach einer Gruppe oder nach einem Feld visualisieren möchte und auch nach welchen Attributen ich überhaupt visualisieren möchte natürlich. Und ich habe ganz viele Möglichkeiten, wie ich das Aussehen konfigurieren kann. Also ich kann wirklich jede Art von Element in seiner Farbe und Form ändern und ich kann auch die ganzen Symbole entsprechend anpassen. Die ganzen Diagramme wirken auch mit der Karte, ja reagieren auch mit der Karte. Das heißt, wenn ich in ein Diagramm reinklicke und zieht es hier oben, dann blinkt es zum Beispiel. Oder ich kann auch entsprechend filtern. Das heißt, wenn ich ins Diagramm reinklicke, bekomme ich ein Ergebnis raus und ich kann mir die Ergebnisse aus einem Diagramm auch zum Beispiel in einer Tabelle anzeigen lassen. Mit dem Widget Koordinatenkonvertierung kann ich genau das machen. Also ich kann Koordinaten zwischen verschiedenen Koordinatsystemen konvertieren unter Verwendung von verschiedenen Schreibweisen. Also ich kann zum Beispiel nach einer Adresse suchen und dann wird mir die in verschiedenen Koordinatsystemen angezeigt. Ich kann aber auch einfach in die Karte hineinklicken und bekomme dann die entsprechenden Koordinaten oder auch Adressen in dem Fall zurückgegeben. Mit dem Widget suchen, das erlaubt die Suche nach Featuren oder auch Positionen auf Grundlage von bestimmten Layern oder Locators. Das heißt, ich kann hier sowohl die bestehenden Geocoding-Services einbinden, aber eben auch eigene Feature-Layer, nach denen ich suchen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Schottland mal nach Sky suche, dann findet er zum einen eine ganze Menge an Orten über den World Geocoding Service, aber er findet eben auch meinen Schottland-POI, mein Museum auf Sky und zeigt mir das entsprechende Objekt dann in der Karte an. Wie die Suche auch ganz frisch dazu gekommen ist, das Widget ausgerichtete Bilddaten. Und damit kann man mit Bilddaten interagieren, kann sie visualisieren und zwar auch Bilddaten mit einem beliebigen Aufnahmewinkel, zum Beispiel Schrägluftbilder, Straßenansichten oder Untersuchungsbilddaten über 360-Grad-Bilder und das Ganze in 2D, also auch in 3D-Sichten. Und ich kann zum einen mir nicht nur die Bilddaten anzeigen lassen, das heißt, ich habe jetzt hier das Grüne, das sind die Footprints und die mal ausschalte, hier das Rosane, das ist jeweils der Footprint von dem jeweils einzelnen Bild, sondern ich kann mir das Ganze auch mit Feature-Layern verschneiden. Das heißt, in dem Fall habe ich eine Pipeline und um die zu inspizieren, ist es ganz gut zu wissen, wo geht die denn im Bild lang im jeweiligen Luftbild. Und ich kann mir die also anzeigen lassen und ich kann mir sogar auch Layer anzeigen lassen, die editierbar sind und kann die dann auch entsprechend editieren. Ja, kommen wir zum letzten neuen Widget, dem Editier-Widget. Aktuell ist es noch in Beta. Mit dem Editier- oder auch Bearbeiten-Widget kann ich Widgets erstellen, aktualisieren und auch löschen. Und ich kann sie entweder mit einer Karte zusammen editieren, aber die Karte ist nicht zwingend nötig. Ich könnte sie zum Beispiel auch über eine Liste editieren. Und ich möchte jetzt hier zum Beispiel ein bestehendes Objekt editieren. Das heißt, ich wähle das Objekt aus und könnte jetzt hier zum Beispiel die Dauer anpassen. Dauert nicht drei, sondern vier Stunden die Wanderung, kann das dann aktualisieren. Und ich könnte natürlich auch entsprechend die Geometrie anpassen, wenn ich weiß, die war ein bisschen anders, wie sie hier eingezeichnet war. Und ich kann nicht nur bestehende editieren, sondern ich kann natürlich auch neue hinzufügen. Und ich kann das Snapping verwenden, wenn ich es möchte. Aber ich muss es nicht. Ich verwerfe das Feature jetzt mal wieder. Wenn ich hier zurückgehe, könnte ich das Fangen aufs eigene, selbst fangen und auch das Fangen von anderen Features entsprechend wieder ausstalten. Ja, es sind auch nicht nur neue Widgets hinzugekommen, sondern es gab natürlich auch eine ganze Reihe weiterer Neuerungen, zum Teil zu den bestehenden Widgets, zum Teil auch unabhängig von den Widgets. Und selbst bei so etwas Profanem wie einem Textwidget konnte man noch etwas verbessern. Es gibt zum einen solche Übergangseffekte, das heißt, wenn der Text nicht in den jeweiligen Kasten reinpasst, dann wird mir das hier angezeigt, mit diesen Pfeilen. Und es gibt auch eine neue Einheit, abgekürzt VW. Das steht für Few Width, also die Breite des Textes, die steht in Relation zur Fenstergröße. Wenn ich die jetzt hier zum Beispiel mal einiges größer mache, dann wird auch der Text entsprechend größer angezeigt. Und wenn ich es wieder kleiner mache, wird auch der Text entsprechend kleiner. Beim Bildwirtet, da kam dazu, dass Bilder, wie jetzt hier zum Beispiel in der Liste, dass die unter anderem auch als Anlage hinzugefügt werden können. Also wenn ich hier zum Beispiel auf das Bild gehe, dann habe ich hier nicht nur die klassische Möglichkeit, das über Attribute zu machen, sondern ich kann das zum Beispiel eben auch über ein Attachment aus dem jeweiligen Feature anzeigen. Das Survey Widget, das unterstützt jetzt auch die Übergabe von Linien und Polygonen aus der Karte. Davor, da konnte ich nur definieren, dass Punktdaten an den Survey gesendet werden sollen. Und wenn die Geometrie also schon irgendwo vorliegt, jetzt hier zum Beispiel, ich habe schon eine bestehende Wanderung, dann kann ich die jetzt auch an mein Survey übergeben und spare den Endusern das Digitalisieren. Und ich kann damit nicht nur neue Services erstellen, sondern ich kann auch bestehende Surveys, also bestehende Records in einem Survey bearbeiten. Damit man auch ganz schnell an diese neuen Optionen, also an die neuen Layout-Optionen und Widgets rankommt, ohne lange selbst konfigurieren zu müssen, gibt es eine ganze Reihe an neuen Vorlagen. Also zum Beispiel den Monitor, um mit Diagrammen zu arbeiten oder zum Beispiel Parallaxe für Bildschirmgruppen. Es gibt auch einige neue hilfreiche Ressourcen, worüber Sie sich über den Experience-Bilder ganz im Allgemeinen, aber auch speziell zu den Neuerungen informieren können. Hier unten finden Sie über das Fragezeichen, da finden Sie zum einen die Hilfe und aber auch eine Übersicht über die jeweiligen Neuerungen aus dem letzten Release. Im Arcus-Blog, da finden Sie natürlich immer ganz viele Informationen, auch insbesondere zu den Neuerungen. Die Galerie ist ebenfalls relativ neu, wenn Sie sich speziell einfach mal ein paar Beispiele anschauen wollen. Und was ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte, ist eine neue Lektion, eine neue Lärmpfad, der Sie dabei unterstützen kann, die ersten Schritte mit dem Experience-Bilder selbst zu gehen. Sie haben gesehen, der Experience-Bilder, damit lassen sich schöne, ansprechende, individuelle Web-Anwendungen erstellen. Wirklich sehr flexibel. Ich würde sagen, flexibler innerhalb von Arcus Online geht es wirklich nur mit Programmierung. Seit dem ersten Release vor gut einem Jahr, da kam einiges an zusätzlichen Widgets, an neuen Layout-Möglichkeiten hinzu, die sich lohnen, dass man sich nochmal tiefer damit beschäftigt. Der Experience-Bilder, der steht Ihnen innerhalb von Arcus Online und auch Arcus Enterprise kostenlos zur Verfügung. Probieren Sie ihn einfach mal aus und ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Vielen Dank. Probieren Sie es einfach mal aus. Experience-Bilder steht sowohl in Arcus Online als auch Arcus Enterprise ohne weitere Kosten zur Verfügung. Und vielleicht interessiert Sie auch die Session im Anschluss. Arcus Experience-Bilder App-Erstellung mit Stil. Jetzt interessieren uns aber erstmal Ihre Fragen mit Stil.